Welttournee, der Reisepodcast. Bienvenuti ancora, oggi al tour mondial del podcast di viaggio. Cari amici, oggi andiamo a Venezia. Bene, Christoph. Die ersten haben schon abgeschaltet jetzt wahrscheinlich. Ja, mit der italienischen Tür ins Haus gefallen. Ich habe wirklich lang trainiert heute. Ich hoffe, man hat es gemerkt. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Ich glaube, das erste Mal in gefühlt 6000 Folgen, dass der Podcast nicht mit den üblichen Worten anfängt. Und daher, ja, Christoph, meine italienisch Bemühungen hier heute einmal ganz offen präsentiert. Und wer italienisch spricht, hat es verstanden. Es geht heute nach Venedig. Eine absolute Wahnsinnsstadt, ein absoluter Touristen-Hotspot. Aber wir haben uns gedacht, so ein ganz kleines Intro, das machen wir doch mal. Denn es kann ja sein, dass ihr vielleicht diesen Sommer hinfahrt. Es ist Biennale-Zeit, ganz frisch. Wenn ihr diese Folge im April hört, die große Kunsterstellung, kommen wir auch noch drauf zu. Aber auch sonst, Venedig, immer eine Reise wert, ne? Ja, und zur Biennale kann ich direkt mal erzählen, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich ganz lange geguckt, ob nicht doch irgendwie noch ein R hinter das E kommt. Ich habe sich reingerutscht. Ob wir irgendwie das R vergessen, die Biennale. Aber man musste wirklich feststellen, es gab kein R. Ja, das gibt dann wirklich die Biennale. Es ist Aperol, ein Aperol-Land. Also es ist weniger Bier tatsächlicher, es wird Aperol-Cappuccino. Aber auch da kommen wir gleich noch drauf zu. Ihr seid hier bei Welttournee der Reisepodcast gelandet und wir berichten schon seit vielen, vielen Jahren, wie wir solche Reisen, wie zum Beispiel nach Venedig jetzt mit unseren normalen Jobs um 30 Tagen Urlaub machen. Also wird das alles ein bisschen zusammengekürzt, wie man mal was sparen kann. Vor allem Zeit, Geld, das wollen wir uns heute mal anschauen im schönen Italien. Genau, es geht in den Norden des Landes, also eigentlich noch in die Nachbarschaft unseres Landes, in die Nachbarschaft Deutschlands und Venedig natürlich auch eines der beliebtesten Reiseziele, was auch, können wir direkt vorne sagen, so ein bisschen das Problem der Stadt ist. Ja, Overtourism in Venedig ist ein riesengroßes Thema und wir hatten das ja auch schon in so Städten wie zum Beispiel Barcelona, wo Christoph lange gelebt hat. Da gibt es diese Effekte natürlich auch, aber ich glaube in Venedig auch dessen geschuldet, dass dieses Ökosystem dieser Stadt in der Bucht dort extrem fragil ist. ist natürlich auch nochmal mit ganz viel Vorsicht und auch mit ganz viel Sanftheit zu bereisen. Das wollen wir hier vorne schon mal direkt sagen. Also da wirklich die Augen ein bisschen aufmachen und wir können schon mal mit der Tür ins Haus fallen. Wirklich eher so zu den Randzeiten hinfahren, würde ich sagen. Nicht in der Hauptsaison, weil ansonsten braucht ihr da echt Stahlkappen in den Schuhen, damit euch nicht immer einer auf den Zehen steht. Von daher ein bisschen mit Vorsicht die ganze Sache dann auch zu genießen und anzugehen. Also Augen auf, da rücksichtsvoll reisen. Auch nochmal zum Thema, du wirst dich erinnern, wir kamen irgendwann mal abends an und haben dann gefragt nach unserem Haus da, gibt es hier irgendwo einen Supermarkt in der Nähe? Und er guckt uns und sagt, hä, Supermarkt haben wir schon lange nicht mehr hier in der Stadt. Also es ist wirklich alles, ich will nicht sagen rausgeschmissen, aber rausgedrückt worden. Vom Supermarkt bis zum Kindergarten, bis zur Schule. Das gibt es in dieser Lagune, also in Venedig selber gibt es das gar nicht mehr, weil eben immer, ja, ist ein Restaurant drin oder ist nochmal ein Hotel gebaut worden früher. Also es ist ein ganz, ganz seltsames Stadtbild, wenn ihr da mal so ein bisschen rumlauft. Nicht diese gemischt typische Sachen, das ist wirklich auf diese Touristen alles ausgerichtet. Habe ich so, glaube ich, auf dieser Welt ganz, ganz selten gesehen. Vielleicht im Disneyland nochmal so, das ist ähnlich von mir. Ja, genau, Heidepark Soltau, Wumbo, 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 er hat einen Cousin in Venedig. So ganz sicher, der macht da alles Popcorn. Aber Venedig steuert langsam so ein bisschen gegen, das merkt man auch, das wird auch immer und das highlightet auch nochmal so ein wenig die Bedeutung dieser Stadt für den Tourismus. Weil wenn Venedig eine Steuer erhebt für den Eintritt, also quasi Eintritt nimmt, um da auf die, in die Lagune reinzukommen, dann ist das in der Tagesschau. Und wenn Venedig sagt, die Kreuzfahrtschiffe bleiben draußen, weil die hier zu viel Welle machen im wahrsten Sinne des Wortes, dann kommt es in der Tagesschau. Und ja, das highlightet nochmal, wie gesagt, die Bedeutung auch als Reiseziel natürlich in Deutschland, aber auch überall anders auf der Welt. Weil wenn man das so sieht, letztlich waren wir bei den Las Vegas Christoph und die größten touristischen Highlights dieser Welt werden in Las Vegas natürlich auch angespielt. Es gibt da einen Eiffelturm, aber es gibt da auch Venedig. Man kann da Little Venice dann einfach mal in einem Hotelkeller entdecken. Das ist natürlich nicht annähernd so schön wie die echte Lagunenstadt Venedig, aber das zeigt auch da international Venedig eines der Ziele, die natürlich eine ganz große Besonderheit haben und damit auch eine sehr, sehr hohe Anziehungskraft auf Reisende überall auf der Welt. Die Gondelfahrt in Venedig, in Las Vegas Venedig, war deutlich günstiger als im echten Venedig. Deshalb schon mal der Tipp, wenn man da noch ein bisschen spricht. Die Gondelfahrt in Venedig kürzer, das war so 250 Meter. Das Wasser war auch noch sauberer. Also da kann man auch mal reinfallen. Trinkwasser. Die Venedig vielleicht nicht. Hier, pass auf, bevor es losgeht, Handgepäckkoffer packen. Oder ob es ein Rucksack ist oder eine kleine Tasche, wie auch immer. Wir nehmen ja immer jeder drei Dinge mit, die wir dem anderen vorstellen. Und du darfst heute anfangen. Was ist denn das erste Teil, was du auf jeden Fall mit nach Venedig nehmen würdest? So, pass auf. Ich habe ja wieder mal wirklich groß gedacht bei der ganzen Veranstaltung hier. Und wir hatten ja schon das Hyänen-Spray in ein paar Folgen zurück. Und ich würde jetzt hier wirklich mal erfinden, falls es das noch nicht gibt, also jetzt an findige, wer auch immer das sowas herstellt, die Deo-Industrie macht, ein Pigeon-Defense-Spray. Also das Gleiche, was du für Bären in der Hohen Tatra brauchst gerade. Halt nur für Tauben. Also die Taube ist die größte Gefahr. Hätte man auch unter Sicherheit heute mit reinnehmen können. Also die größte Gefahr für Leib und Leben ist die Taube in Venedig. Ja, die hat sogar die Möwe verdrängt. Das ist einfach, die gibt es wirklich... Tauben-Abwehr-Spray. Überall. Sehr, sehr gut. Ich habe hier eingepackt einen Führerschein. Du müsstest jetzt sagen, hä, Führerschein? Für Auto gibt es nicht, Fahrrad sagt man auch nicht. Hä, warum? Ja, euren Gondelführerschein. Wenn ihr das große Glück habt, vielleicht in einer Familie geboren zu sein, die schon lange Gondolieri ausbildet, dann habt ihr sicherlich auch einen Gondelführerschein. Dieses Ding ist schweineteuer, was ich damit sagen wollte. Denn es gibt nur ganz wenig davon. Und so eine Lizenz kostet so drei bis sechshunderttausend Euro. Ein absoluter Wahnsinn. Deshalb werden diese Lizenzen, die halt sehr rar sind, immer meistens vererbt in den Familien. Also, wenn ihr Glück habt, den Gondelführerschein mitnehmen. Und dann könnt ihr vielleicht mit den wunderbaren Gondeln ein bisschen rumschippern da tatsächlich. Ja, Christoph, gut, dass du es nochmal sagst. Das betrifft, glaube ich, wirklich sehr, sehr viele Hörerinnen und Hörer hier heute, dass sie wirklich sagen, ach ja, klar, ich hatte ja noch diesen venedischen Gondelführerschein, den ich sonst nie benutze. Ja, schon mal auf der Chaos Han Road in Bangkok war, da kriegt man den bestimmt, da bin ich mir richtig sicher. Das geht denen da irgendwie. Ich habe ja noch die Lizenz zum Gelddrucken im Keller, aber ich habe das ja ganz vergessen. Naja, gut. Okay, Christoph. Es ist gezählt. Es ist dabei. Und aus einer ähnlichen Kategorie packe ich ein meine Maske. Ja, weil wenn zufällig da einfach mal Karneval auftaucht, dann brauchst du ja diesen Maskenkarneval. Musst du ja mitmachen. Ich würde mir eigentlich immer so eine schicke, goldene Maske mit so Hühnerfedern obendrauf, würde ich mir mitnehmen. Um halt auch so ein bisschen zu zeigen, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe im Vorfeld. Ja, und damit die Tauben mich nicht erkennen, wenn ich dann mit dem Defense Spray arbeite. Sehr gut, Karneval Venedig. Auch sehr gute Zeit, aber Hotels buchen, ihr wisst das selber. Von daher absolutes Chaos. Mein zweiter Punkt. Ich habe mir jetzt einfach mal AirPods genannt. Zumindest kleine Kopfhörer. Denn je nachdem, wie lange ihr in dieser Stadt seid, irgendwann gehen euch diese Geräusche richtig auf die Nerven. Mit Geräuschen meine ich nicht deine Tauben unbedingt, die da schreien, sondern sowas wie Rollkoffer, die an euch vorbeirattern oder irgendwelche Touristengruppen, die da vor sich hinschnattern. Also irgendwann denkt man, ey, diese Stadt ist ja eigentlich so schön. Man will das auch so ein bisschen für sich vielleicht haben. Deshalb, also Kopfhörer, AirPods, wie auch immer einpacken, Neues Cancelling an und das so ein bisschen für sich genießen und diese ganze Geräuschwelt drumherum ausblenden. Eigentlich hätte man mal während Corona so ein paar Tage so ein Richtmikro in der Stadt irgendwo verteilen müssen, um dann einfach mal auf den AirPods hören zu können, wie sich das anhört in dieser Stadt, wenn eben gerade nicht 600.000 Touris in der Stadt sind. Wäre mal eine Idee gewesen, Christoph. Aber ich sage mal so, zu spät, bis zur nächsten Pandemie. Gucken wir mal. Na, okay. Aber du siehst, ich bin in der Kategorie Vorsicht und, ja, wie soll ich sagen, kulturelle Vorbereitung unterwegs. Ich nehme neben dem Pigeon Defense Spray, der Maske, nehme ich mir noch zwei große oder beziehungsweise zwei hohe paar Gummistiefel oder zwei Plastiktüten mit. Denn Venedig und Hochwasser gehört genauso zusammen wie Italien und die Spaghetti. Das ist ganz, ganz eng miteinander verbunden und Venedig erlebt leider ganz, ganz häufig Hochwasser. Die Stadt ist da wahnsinnig trainiert drin, das auch entsprechend abzufedern und sich zu organisieren. Das kennt man vielleicht auch, wenn dann in der Tagesschau, auch das wird berichtet, wenn ein großes Hochwasser kommt, dann werden ganz viele Gerüste, die sonst so um Häuser gebaut werden, um die neu anzustreichen oder irgendwas dran zu montieren, werden dann aufgebaut und diese Stadt wird einfach mal ein paar Zentimeter höher gelegt. Aber im Falle dessen, dass euch das mal auf eurer Reise betrifft, einfach mal zwei Tüten um die Beine und dann durchs Wasser zu gehen, durchs Wasser zu warten, wie wir Angler sagen, oder eben halt den hohen Schuh, den Gummistiefel vom Festival. Und da der wichtige Hinweis, Christoph, du als alter Profi beim Gummistiefel kaufen, immer zwei unterschiedliche Seiten nehmen, immer einen linken und einen rechten Gummistiefel. Ist schon passiert, dass ich mit zwei linken aufgetreten bin. Auf dem Hurricane Festival aufgetanzt mit zwei linken Gummistiefeln und dann hat es geregnet. Das war ein Bild für die Götter. Das kann man hier schon mal sagen. Wir haben gelacht. Ja, sehr gut. Wir haben gelacht sehr oft. Bis heute. Mein letzter Punkt ist ungewöhnlich, aber es gibt ihn im Campingfachhandel. Und zwar ist das eine mobile Kaffeekanne. Die sieht so ein bisschen aus wie so eine Handgranate, will ich mal sagen. Ein bisschen größer vielleicht. Da kann man entweder Pulver reinpacken oder irgendwelche Pads. Denn wenn ihr einen Kaffee trinken wollt in Venedig, egal wo, sobald ihr diese Lagune betretet, ihr werdet hinten über euren Stuhl rüberfallen, wenn ihr die Preise seht. Also, ich sage mal so, für deinen geliebten Cappuccino, da wirst du dich erinnern, 15 Euro plus vielleicht noch Musikzuschlag, plus noch ein Service-Text irgendwo, der herkommt. Also ich sage mal so, 20 Euro für ein Cappuccino, gar kein Problem. Und ich sage mal, wie viel Cappuccino trinkst du am Tag? So drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das rentiert sich dann irgendwann schon für dich, diese mobile Kaffeekanne. Also es ist jetzt nicht ganz dumm. Ja, ist richtig. Es ist absolut auf jeden Fall der Spartipp. Also es ist eigentlich so ein bisschen fast wie in Norwegen. Man sollte möglichst viel seiner Verpflegung selber mitbringen, wenn man preislich dort nicht unter die Räder geraten will. Denn es ist tatsächlich so, ja, es ist sehr teuer. Und wenn ihr da irgendwie auf dem Markusplatz oder irgendwo euren Espresso trinken wollt, dann könnt ihr da in Deutschland manchmal schon eine Espresso-Maschine verkaufen. Das kommt fast aufs Gleiche raus. Von daher ein bisschen Augen auf. Aber man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, es gehört natürlich auch zu einem Venedig-Besuch dann dazu. Und vielleicht sollte man sich mal so ein Espresso dann halt auch für 15 Euro da mal auf dem Markusplatz oder irgendeiner anderen kleinen Ecke gönnen, um einfach mal dieses Flair auch zu erleben, wenn man dort sitzt. Und wenn man noch das Glück hat, zu einer Zeit dazugeben, wenn es nicht ganz so voll ist, ist das eigentlich auch wahnsinnig schön. Und diese Stadt, sie ruft einen halt. Und sie ist halt in sich selber eine Sehenswürdigkeit. Und das macht es so fantastisch. Von daher, ja. Aber ich verstehe, woher der Gedanke kommt, Christoph. Sehr gut. Das also die Klamotten. Lass uns doch mal überlegen. Thema Übernachtung. Auch das natürlich. Alte BWL-Wissen. Angebot. Nachfrage. Es könnte also sehr teuer werden, wenn ihr wirklich in die Lagune direkt rein wollt. Ich habe mal vorhin geguckt. Ja, so wirklich das einfachste Doppelzimmer, was ich gefunden habe, geht so 180 Euro los jetzt in den nächsten Wochen. Also es sind schon sportliche Preise. Guckt da vielleicht einmal, ob ihr Richtung Mestre fahrt. Das ist die Stadt quasi, die vorgelagert ist am Festland. Das ist so eine alte Industriestadt. Nicht viel zu sehen. Da wird es ein bisschen günstiger. Auch nicht viel günstiger, ehrlich gesagt. Und ansonsten mal drumherum schauen. Murano ist noch so die nächste Insel von Venedig. Oder der Lido eben, der dann wie so eine Sandbank davor liegt. Kennt man auch noch. Da könnte es mal sein, dass es günstiger wird. Und es gibt viele kleine Boote, die halt diese Städte oder Sandbänke nächstes Mal verbinden tatsächlich. Ja, mir hat früher mal jemand gesagt, das ist aber schon 10, 15 Jahre her, es sei mitunter günstiger, jeden Morgen nach Venedig zu fliegen von zu Hause, als dann dort unterzukommen. Erführt natürlich zu nichts. Und das Klima sei natürlich eine Katastrophe. Aber es kann wirklich zu Hochzeit echt sportlich teuer sein. Von daher, ja, macht euch da vorher einen Plan, überlegt euch das. Und wir würden auch sagen, eigentlich ist das auch eine Sache, die man ganz okay, glaube ich, an einem ganzen Tag hinbekommt. Wenn man da morgens auf die Insel drauf geht und dann spätabends wieder runter, dann hat man, glaube ich, auch genug Zeit, um sich sehr, sehr viel anzugucken, sehr, sehr viel auch mal aufzusaugen und zu erleben. Und man spart eben nochmal eine Mark 50, diese Übernachtung. Und es ist auch wirklich nicht so, dass wenn ihr da nicht übernachtet, dass da irgendwelche Leute wahrscheinlich am Hungertoten haben, weil ihr da nicht übernachtet. Also ich glaube, die Möglichkeiten dort Geld zu erzielen. Christopher, das erwähnt, mit den Führerscheinen für die Gondeln. Wenn man da 3.000 bis 600.000 Euro bezahlt für so einen Führerschein, dann könnt ihr euch vorstellen, was man da auch entsprechend hinten wieder an Umsatz rauszieht. Also ja, touristisch hat man, glaube ich, da umsatzseitig wenig Probleme in Venedig. Also, Rucksack irgendwo ins Hotel, wo auch immer ihr seid und dann geht es los. Denn wir gucken uns mal Transport vor Ort an. Ihr könnt es euch schon vermuten, dass vor Ort wirklich in der Lagune selbst das Allermeiste wirklich nur zu Fuß geht. Und es geht auch wirklich nur zu Fuß. Klar, gucken wir nochmal die Nahverkehr an. Aber so mit dem Fahrrad da durchfahren, verboten, man darf schieben vielleicht. Nicht, aber tatsächlich macht alles zu Fuß. Ihr Scooter, schön immer. Da freuen sich bestimmt richtig. Ihr könnt oben an den Hauswänden, habt ihr immer so kleine Schilder, die führen euch dann zur Rialto-Brücke oder zum Markusplatz oder jeweils noch zurück zum Bahnhof dann wieder. Diese Route nehmen aber wirklich alle. Also diese kleinen Schilder oben, da gucken alle hin, da laufen auch alle hin. Deshalb ist Venedig wahrscheinlich eine der Städte, wo unser geliebtes ominöse Seitenstraßenprinzip vielleicht die aller, allerbeste Anwendung findet. Also wenn alle rechts abbiegen, was macht ihr dann? Ihr biegt links ab, genau. Und dann wird Venedig halt wirklich nochmal ein bisschen schöner und vor allem ein bisschen ruhiger. Ja, und das ist typischerweise einer, der steht, wo wir unseren alten Leitspruch schnell viel sehen geht nur mit schnell viel gehen auch anwenden könnt. Ja, also ich glaube, da kann man schon den ganzen Tag seine 30 Kilometer abspulen in der Stadt. Ja, und dann hat man auch wirklich viel gesehen, wenn man das Ganze zu Fuß macht. Und ja, ansonsten, wenn ihr hinwollt, ja, ihr könnt natürlich super gut mit dem Zug fahren. Ich habe vorhin gesagt, es ist fast ein Nachbarörtchen von den südlichen Städten in Deutschland. Also wenn Christoph jetzt zum Beispiel aus München da mit dem Zug hinfahren will, gibt es da mittlerweile auch richtig gute, ja, Züge, die da durchfahren. Und dann entsprechend ohne Umsteigen ihr München rein in Zug und in Venedig wieder raus. Und wenn man in Venedig am Bahnhof ankommt, wenn man da rausgeht, das ist wirklich, ja, richtig, richtig toll, weil ihr schaut dann direkt auf den Kanal drauf und da ist wirklich so ein kleiner, ein positiver Kulturschock, würde ich es fast nennen. Weil man guckt raus, man ist die ganze Zeit in so einer alten Bahn, die Züge sind echt ein bisschen älter, gefahren und dann geht man raus und auf einmal, wow, macht Venedig einfach mal das, was Venedig richtig gut kann. Und zwar, ja, wahnsinnig schön sein und dann einen so anstrahlen mit dem ganzen Wasser, mit den, ja, auch historischen Gebäuden und allem, was dazugehört, mit den Marmorplatten auf dem Boden und man ist einfach, wow, sofort overwhelmed. Kleine Anmerkung noch mal zum Zug, denn auch da, ganz frisch, wir nehmen jetzt im April 2024 auf, es gibt neue Züge von der ÖBB, die hat mal einen rausgehauen, einen neuen Railjet. Deshalb achtet mal ein bisschen drauf beim Buchen, wenn ihr diesen Zug nach oder von München nehmt, guckt mal, dass ihr bei der Abkürzung ein RJ für Railjet nehmt. Denn diese alten Berner Weltmeisterzüge, die heißen EC, das sind diese ganz alten Klapperkisten. Und wenn ihr da sieben Stunden drin sitzt, ah, das ist jetzt vielleicht nicht das Beste. Also wenn ihr bucht, kleiner Weltturnier-Tipp, einfach mal auf RJ gucken. Dauert genauso lange auf die Minute genau, kostet genauso viel, aber nur der Spaß ist viel, viel besser. Ganz, ganz brandneue Züge sehen wunderbar aus. Wobei euch die alten Züge natürlich besser auf die Geräuschkulisse in Venedig vorbereiten. Muss man dazu auch ganz klar sagen. Ja, gut, das stimmt. Das ist wohl so. Und was ihr natürlich auch machen könnt, auch der Klassiker, ja, mit dem Auto einfach mal über den Brenner. Ja, das geht natürlich auch. Und gerade wenn man noch ein paar Sachen mehr sich anschauen möchte, in Norditalien oder noch ein paar Reiseziele verbinden möchte, dann ist natürlich auch das Auto eine ganz gute Option. Man kann da ganz viel Park & Ride machen. Park & Vaporetto heißt es hier wahrscheinlich. Park & Vaporetto, ja. Wollte ich jetzt gerade noch ein. Ich habe doch meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe das ganze Büchlein, was du mir vorher mitgegeben hast, habe ich doch durchgearbeitet. Ja, ich kann alles, was auf dem Pizzakarton steht hier bei mir in der Nachbarschaft, kann ich mittlerweile. Ja, also Parque Iva Pareto könnt ihr dann machen, stellt euer Auto ab und dann fahrt ihr, ja, mit den Öffis quasi nach Venedig rüber. Und ja, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, das euch zeitgenau anzugucken und dann abends auch mit dem Auto wieder weiterzudüsen. Oder ganz wild vielleicht noch mal im Auto in der Nacht zu pennen. Das geht natürlich auch nochmal ganz gut. Sitze hinten umklappen und dann einfach mal die Luftmordetze reinlegen. Festivalzeit, Christoph, du merkst, ich bin schon im Kopf, im Kopf bin ich schon wieder auf den Festivals. Guckt mal im Sommer vielleicht diese großen Parkplätze, Piazzale Roma, ist ja ganz bekannte, vielleicht vorher reservieren. Man weiß immer nicht, gerade mit der Biennale jetzt, was da so los ist. Kostet euch drei Klicks, aber ihr habt zumindest einen sicheren Parkplatz, mehr oder weniger. Auch das nochmal ganz gut. Ansonsten, Flughäfen gibt es auch. Marco Polo heißt der eine. Es gibt noch eine, die etwas weiter außerhalb liegt. Aber es macht schon mehr Spaß, mit dem Zug da einzureisen, tatsächlich, wie du es beschrieben hast eben. Oder ansonsten, Gondel können wir noch mal angucken vielleicht vor Ort. Wir hatten es eben schon mal so ein bisschen lustig gesagt. Es ist halt wirklich teuer, auch diese Fahrt. Ich glaube, wir haben schon alles erlebt. Von 40 Euro bis 400 Euro für so 20, 30 Minuten. Also diese Preisspanne, absoluter Wahnsinn. Ich glaube, auch hier wieder BWL, Angebot, Nachfrage, Sonnenuntergangszeit. Das rechnet sich alles ein bisschen rein. Und wenn ihr das wirklich so ganz romantisch machen wollt, zu zweit, wirklich nur mit diesem Gondoliere durch die vollen Kanäle fahren möchtet, dann wird es halt schon wirklich teuer, Leute. Also das ist nochmal die Sache. Aber wir werden ja nicht Welttourneer, wenn wir nicht mal einen kleinen Spartipp hätten. Am Kanal Grande, den queren manchmal so mehr Personen Gondeln, die sehen ganz, ganz ähnlich aus. Da sind dann so 10, 12 Leute drauf. Kostet dann 2 Euro, von einer Seite zur anderen zu kommen. Und ihr könnt immerhin sagen, ihr seid in Venedig mit dem, ja, mit einer Gondel gefahren. Ja, das müsst ihr euch wirklich genau überlegen. Und man sagt ja, Venedig, Stadt der Liebe. Ja, aber ich glaube wirklich, so eine Zwei-Personen-Gondel ist wirklich der einzige Ort, wo ihr da wirklich mal so viel Zeit habt, auf drei Quadratmetern und euch nicht irgendwie auf die Füße tritt, dass das dem Anspruch wirklich gerecht wird. Aber dann müsst ihr eben auch die 400 Tacken dafür fürs halbe Stündchen ausgeben. Von daher, wir haben es nicht gemacht, die große Gondelfahrt, da eher Christophs Spartipp mit den Überfahrten mal wahrnehmen. Allerdings, wenn ihr es natürlich komplett typisch machen wollt und den armen Gondel Jerez auch noch zu ihrer sicheren Rente helfen wollt, damit sie ihre 600.000 Euro Führerscheine abbezahlen können, dann natürlich mal für 400 Euro eben ein halbes Stündchen einsteigen. Geht auch, wie gesagt, viele machen das und daher funktioniert das natürlich dort auch. Aber, ja, muss jeder und jede für sich selber wissen, Christoph. Ich habe immer überlegt, ob ich mir nicht einfach so ein 40 Euro Schlauchboot mal mitnehme und da selber mal ein bisschen im Kanal gucke, wie lang es dauert, bis sie mich da wegfangen. Aber das mache ich wahrscheinlich beim nächsten Mal. Ein eigenes kleines knallrotes Gummiboot kann man mitnehmen. Reklame. Partner der heutigen Folge ist das innovative Modelabel Armed Angels aus Köln. Und wir durften hier die aktuelle Kollektion einmal testen und können hier vorab schon sagen, wir sind absolut begeistert. Und was macht Armed Angels so besonders? Das Unternehmen hat die klare Mission, nicht nur innovative und zeitlose Mode zu produzieren, sondern das Ganze auch auf eine nachhaltigere Art und Weise zu machen. Und wie wird das angestellt? Also zum einen genutzt wird ganz, ganz viel Biobaumwolle oder aber auch recycelte Baumwolle und das Leinen, das zum Einsatz kommt, kommt ausschließlich aus der EU. Und alles wird hergestellt ohne den Einsatz gefährlicher Chemikalien. Also alles in allem mit einem geringeren Effekt auf unserem Planeten, als man es von Mode vielleicht sonst so kennt. Und wenn ihr jetzt mal aus dem Fenster schaut, dann seht ihr sicherlich mit ähnlicher Vorfreude wie wir, die Tage werden länger, der Frühling beginnt. Das heißt auch, unsere Styles werden alle nicht mehr unter den Winterjacken versteckt, sondern sie werden wieder ein bisschen gezeigt und nach draußen getragen. Und ob ihr es jetzt mögt, so wie Christoph und ich, in pflegeleichtem oder wie Christoph gern sagt, in gepflegtem Schwarz durch die Straßen zu ziehen oder aber es bunt und wild mögt, es ist jetzt Zeit für den Frühlingsstyle und Zeit für die Übergangssaison. Aber wenn der Frühling jetzt kommt, im März kommt er manchmal auch mit Aprilwetter und da braucht es also modische Styles, die stabiler sind als das Wetter draußen. Genau dafür könnt ihr jetzt mit der neuen Kollektion von Abend Angels Vorkehrung treffen. Leinen aus Naturfaser lässt nämlich eine ganze Menge Luft an eure Haut. Auch sehr, sehr gut, wenn es vielleicht für euch jetzt über Ostern im Frühling wirklich in warme Länder geht. Und noch ein Tipp vom Reisen, Leinen knittert nicht. Ebenfalls gut fürs Handgepäck und somit auch perfekt fürs Reisen. Sollte dann doch mal die kalte Frühlingsbrise durch die Straßen wehen, hier in Hamburg soll das ja hin und wieder noch vorkommen, dann steht Abend Angels auch mit passendem Strick bereit. Also jetzt eure Knits raussuchen und dann nochmal einen warmen Strick noch dazu packen und dann seid ihr perfekt vorbereitet für die Übergangssaison. Und als kleines Bonbon, wir lassen euch natürlich nicht ohne das klassische Bonbonchen gehen, mit dem Code Welttournee15, alles groß geschrieben, erhaltet ihr auf armedangels.com, das schreibt man A-R-M-E-D-A-N-G-E-L-S.com, erhaltet ihr bis zum 5. Mai 15% auf alle Kleidungsstücke, bis auf die reduzierten Artikel. Also holt euch jetzt den passenden Style, macht euren Frühling ja modisch top. Also, checkt armedangels.com oder schaut für weitere Infos bei uns in den Shownotes vorbei. Das war's mit Reklame. So, da sind wir wieder. Es geht weiterhin nach Venedig und wir gucken jetzt ein bisschen mal auf die Sicherheit und vor allem auf die Einreise. Denn Einreise, auch hier wieder der aktuelle Faktor, du hast es eben gesagt, wenn Venedig Eintritt nimmt, kommt das in der Tagesschau bei uns und tatsächlich, sie fangen jetzt an, in diesem Jahr mal zu testen, wie es denn wäre, wenn man den Tagesbesuchern einfach mal 5 Euro abnimmt. Man muss sich da vorher registrieren auf so einer Webseite, bekommt dann so einen QR-Code, den man dann vorzeigen muss, tatsächlich. Also von daher geht so ganz langsam ein System, los. 2024 ist das noch an verschiedenen Tagen, manchmal so von Donnerstag bis Sonntag, wo halt wirklich die meisten Tagesgäste kommen. Von daher vorher mal informieren, denn wenn ihr keinen QR-Code vorzeigen könnt, ist das ein bisschen wie Falschparken. Es gibt Ärger und ihr müsst auch was bezahlen. Von daher mal schauen, wenn ihr eine Übernachtung habt auf der Lagune selber, seid ihr von dieser Gebühr befreit und kriegt diesen QR-Code umsonst. So, das tagesaktuell Tagesshow Welttournee hier. Riesenaufschrei natürlich, das nehmen die uns fünf Euro weg. Und unser Venedig wollen, wer schon mal an der Nordsee war und da irgendwie vierfünfzig Kurtaxe zahlen musste, um dann irgendwo in St. Peter-Ording oder nach Ostsee am Darst oder irgendwo an den Strand zu dürfen, das haben wir schon lange eingeführt, das Game. Also von daher, die haben das kopiert von den Besten wahrscheinlich. Also um Geld nehmen, um ans Meer zu kommen, das haben wir natürlich erfunden in Deutschland. Von daher, so überraschend ist das ehrlicherweise auch gar nicht. Und ich finde das eigentlich auch eine relativ faire Sache, wenn man das Geld richtig einsetzt und da entsprechend dann den Küstenschutz beziehungsweise auch Instandhaltung, alles was man halt braucht, um so ein bisschen auch die Folgen des Tourismus dort abzufedern, wenn man das nutzt, halte ich das für eine sehr, sehr faire Abgabe. Und ich würde sogar so weit gehen, das sind meine die besten fünf Euro, die ihr da wahrscheinlich bezahlen werdet in Venedig. Alle anderen fünf Euro, wie gesagt, reichen nicht mal für einen Kaffee. Aber ja, von daher, damit müssen wir jetzt erstmal leben. Informiert euch vorher, wenn ihr die sparen wollt. Wie gesagt, es gibt so ein paar Korridore, wenn ihr am Montag morgens hinfahrt, dann könntet ihr noch Glück haben und müsst sie nicht bezahlen. Da aber tagsaktuell einfach mal nachgucken, Christoph. Und es gibt natürlich auch so ein paar Gesetze. Ich hatte vorhin das Thema Tauben genannt. Tauben füttern ist in Venedig das Kaugummi-Spucken von Singapur. Das ist wirklich, da gibt es 500 Euro Strafe, glaube ich, wenn ihr Tauben füttert. Von daher, wenn ihr da euer Croissant oder morgens irgendwie euer Ciabatta oder was auch immer esst, nicht mal eben denken, mal zwei Fluffel darüber werfen zu Taube Theodor. Das lasst mal lieber. Das könnte richtig teuer werden. Da könnt ihr fast einmal eine Gondel verfahren. Und ansonsten, wir sind in Italien, wir sind in überfüllten Gassen, wir sind in schönen Orten und was ist da natürlich genau unsere Freunde, die Taschendiebe. Taschenkontrolleure. Die Taschenkontrolle. Die Taschenkontrolle, ja, richtig. Wording beachten hier. Wording beachten tatsächlich. Also von daher auch da ein bisschen achten, denn wenn er doch irgendwo um die Ecke geht, es ist voll, es ist Gedränge, man merkt den Griff der Tasche vielleicht nicht und schwupps, ist das Handy weg. Also da vielleicht ein bisschen mehr Vorsicht walten lassen. Das spielt in einer Liga wie Barcelona, wie Rom, also es ist schon wirklich, hier spielt die Champions League tatsächlich. So ist das. Also da wirklich Augen auf, denn, ja, wie Christoph schon richtigerweise sagt, je enger die Gassen und je enger das Gedränge, natürlich ist es so einfacher wird das Spiel. Von daher Portemonnais, liebe Herren, nach vorne reinpacken, Handtasche vielleicht gar nicht mitnehmen, sondern alles wirklich am Körper tragen, was ihr da so nicht verlieren wollt und ja, dann geht das aber auch schon. Also die Tagesdiebe müssen auch Tagesgebühr zahlen mittlerweile. Könnte sein, dass ihr das auch nochmal verschiebt dort, dass dann nur noch die alteingesessenen Taschendiebe dann dort in Venedig euch beklauen können. Wir haben noch sechs Minuten für Sehenswürdigkeiten. Kulinarisch machen wir mal ein bisschen. Wir machen hinten mal die Tür ein bisschen heilig. Ich habe gesagt, das schaffen wir schon noch. Ja, ist das erlaubt? Pass auf, dann machen wir kulinarisch trotzdem relativ kurz. Wir haben es gesagt, klar, Italien, wollt ihr probieren, wollt ihr essen, kennt ihr alle, ist auch sehr, sehr gut. Es ist vielleicht nicht das beste italienische Essen, was ihr bekommen werdet, denn viele Tagesgäste, die vielleicht nur einmal im Leben da sind, gehen durch Restaurants durch, werden durchgeschleust. Also die feinste Pasta und die feinste Pizza gibt es vielleicht jetzt nicht am Markusplatz. Wenn ihr das ominöse Seitenstraßenprinzip anwendet, habt ihr eine höhere Chance, nochmal ein bisschen gutes und vielleicht ein bisschen günstigeres Essen zu finden. Ansonsten gibt es auch immer so viele kleine, ja, ich will nicht jetzt sagen, Schlachtereien, aber einfach mal Wurstfachgeschäfte vielleicht, wo ich mal ein Mortadella-Brötchen für sechs Euro oder sowas kaufen könnte. Damit kommt ihr auch über den Tag. Von daher, also kulinarisch hört euch vielleicht mal lieber unsere anderen Italien-Folgen an, da gehen wir ein bisschen näher drauf rein. Hier Aperol schmeckt, glaube ich, wie überall auf der Welt genau gleich, kostet halt nur ein bisschen mehr. So, aber jetzt haben wir viel auch über Herausforderungen der Stadt gesprochen. Ja, es ist teuer, ja, es ist voll, ja, es gibt Tauben, ja, an manchen Tagen riecht es auch ein bisschen in Venedig, das muss man auch dazu sagen, aber es gibt ja auch einen Grund und da kommen wir jetzt zu, warum diese Stadt eben diese extrem hohe Anziehungskraft hat auf Reisende auf der ganzen Welt. Und das ist mitunter die Architektur, die Lage in der Lagune, aber auch natürlich das, was die Lagune kann, vor allem an guten Tagen, wenn das Wasser sauber ist, das hat ein bisschen mit Strömungen zu tun. Es gab ja während Corona diese Gerüchte, dass man wieder Delfine sehen kann in der Lagune. Pink Delfine, ja, wie sowas. Ja, das auch wichtig, aber es ist wunderschön. Und wenn man mal vorne anfängt, Christoph, Kanal Grande, ja, wenn man da reinkommt und wenn man das gute Licht hat, wenn man das sieht, diese kleinen Anleger vor den Häusern, die Häuser, die quasi gefühlt im Wasser stehen, stehen eigentlich auf Stelzen, aber es ist einfach der absolute Wahnsinn, weil alle Straßen eigentlich Wasser sind, die man dort sieht und das gibt es halt so nicht nochmal, ja, dementsprechend, ja gut, außer in Las Vegas, aber ansonsten gibt es das, es gibt es eigentlich von den Machern, der Boden ist Lava, hier die Straßen sind Wasser, das neue Spiel. Ja, der Boden ist Wasser, also da noch mal zehnmal Sicherheit, wir haben vergessen, ihr solltet einen Freischwimmer haben, also im Fall des Falles, Nichtschwimmer in Venedig kann echt schon mal ein Thema sein, auch das ist nur halblustig gemeint, Ja, und wie gesagt, auch die Seitenstraßen, alles kleine Kanäle und das macht es einfach, es ist Wahnsinn, wie einen das sofort flasht, wenn man es sieht, diese auf Stelzen gebauten Häuser mitten im Wasser. Und du sagtest es vorhin, aus dem Bahnhof raus und ihr kommt wirklich auf den Kanal Grande hinzu, könnt dann direkt in so ein Vaporetto, in so ein kleines Boot steigen und euch rumfahren lassen und ihr geht zu Fuß oder ihr quert diesen Kanal Grande auf einer der vier Brücken und ich bin mir sicher, selbst wenn ihr noch nie in Venedig wart, noch nie gar nichts mit so einem Hut habt, eine von diesen vier Brücken kennt ihr und zwar ist das die Rialto Brücke und ich glaube, ich will nicht wissen, wie oft die schon auf irgendwelche Postkarten, auf T-Shirts, auf Magnete, auf was weiß ich nicht, alles gedruckt wurde, wahrscheinlich, ich würde sogar so weit gehen, ist die berühmteste Brücke der Welt wahrscheinlich, die will jeder sehen, da ist auch jeder und ich glaube, da seid ihr auch wirklich niemals alleine, also wirklich, ihr habt keine Chance, diese Brücke mal irgendwie für euch zu haben, auch sei es ganz früh oder ganz spät, da hängt immer irgendwer rum, zu Recht, sieht schon gut aus, aber ja, es wollen halt alle hin. Es ist ein absoluter Hotspot, trotzdem würde ich es immer mitnehmen, man muss es sich mal angeschaut haben, ist einfach Wahnsinn und Brücken sowieso, wir sagen ja in Hamburg, sagen wir ja immer so mit ein bisschen, mit einem kleinen Seitenhieb, so würde ich sagen, dass wir mehr Brücken haben als Venedig, ja, Hamburg natürlich von der Grundfläche ja auch ein bisschen was anderes, aber die schöneren Brücken kann ich glaube ich sagen, das würde ich jetzt offiziell Hamburg wegnehmen, die gibt es eindeutig in Venedig und genau wie du es gerade sagst, ja, die eben die vier großen Brücken über den Kanal Grande, aber auch an den Seitenstraßen, ihr werdet eure Brücke, oder die Brücke eures Herzens werdet ihr finden in der Stadt, wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, dort auch den, ja, den Wasser, den wässrigen Teil der Stadt zu überqueren und schöne Fotos und schöne Bilder zu machen und das ist halt auch nochmal, also diese Stadt hat wirklich viele Gesichter, wenn die Sonne scheint und das Wasser klar ist, dann leuchtet das wirklich alles so, ja, so hellblau und setzt sich damit auch vom Himmel ab, der Himmel ist dann dunkleres Blau, so Königsblau, das Wasser so grünblau und das sind einfach wunderbare Bilder und dann fahren natürlich ein paar Boote, die machen eine weiße Welle hinten raus, also ihr habt einfach so ein Farbspektakel von positiven, von glücklichen, von schönen Farben und das ist wirklich ganz, ganz toll, das ist auch nur in meinen Augen so in Venedig möglich, das zusammen mit dieser, ja, Architektur, die auch nur Italien kann, es ist dann wirklich richtig, richtig schön. Und natürlich Las Vegas kann diese Architektur auch vergessen. Ja, ja, Las Vegas, na klar, das ist richtig. Oh Gott, der traurigste Kanal, Kanale Grande, Kanal, nicht Kanale Grande, was ist Kanal Grande, der traurigste Kanal Grande der Welt ist in Las Vegas. So, ihr kommt irgendwann, wenn ihr den Menschenmassen folgt oder wenn ihr den Welttournee ominösen Seitenstraßen folgt, kommt ihr früher oder später tatsächlich zum Markusplatz. Dieser Platz, ich würde ihn vielleicht beschreiben, einerseits vielleicht der schönste, aber auch der seltsamste Platz der Welt. Können wir erklären. Also, riesiges Ding, wunderschöne Palazzi außenrum, wunderschön, dass man ein bisschen planieren kann. Man hat diese Kampanile, diesen Glockenturm, den ihr kennt, diesen mit Backstein gebaut, mit so einer ganz spitzen, mit so einem spitzen Hut oben drauf, plus noch den Markusdom. Diese ganze Kombination ist der absolute Wahnsinn einfach. Man muss sich diesen Platz mal angucken, um das vielleicht ein bisschen verstehen zu können. Und wenn wir euch noch einen kleinen Tipp geben dürften hier, macht das ganz, ganz früh morgens oder ganz, ganz spät. Denn wenn die Tagestouristen erstmal ankommen, ist natürlich dieser Platz auch komplett bevölkert. Dann stellen die Restaurants ihre Tische raus. Dann ist da Musik und Tanz und alles, Taschenkontrolleure, sorry, von daher. Also, wenn ihr den schönsten Markusplatz sehen wollt, vielleicht sehr, sehr früh oder sehr, sehr spät, und den seltsamsten Platz, kommt ihr einfach mal irgendwann mittags. So als kleine Zusammenfassung vielleicht. Ja, da kann man sich das mal, vorher, nachher Bilder kann man gut machen. Also wirklich, und wenn wir früh morgens sagen, also wenn im Sommer um 4.45 Uhr da irgendwie Sonnenaufgang ist, dann seid ihr um 4.30 Uhr auf dem Platz. Ja, dann habt ihr wirklich die Chance, da mal ein bisschen was zu sehen. Ist mit Christoph mal ein bisschen schwer. bei 4 vorne steht beim Aufstehen, dann schickt man ihn am besten nicht schlafen. Da ist er deutlich besser drin, als um 4 Uhr aufzustehen. Deutlich besser eben bis 4 Uhr wach bleiben. Da hat er historisch einfach mal viel, viel mehr Erfahrung drin. Ja, und ansonsten, wie gesagt, der Platz wird dann irgendwann in Beschlag genommen von Tauben, von Touristen, von 15 Euro Cappuccinis. Ja, die man übrigens nur bis, ich glaube bis 12 Uhr, Cappuccino und Weißwurst haben die gleiche, die gleiche Erlaubniszeit. Danach wird's awkward. Also wenn ihr um 16 Uhr ein Cappuccino bestellt und eine Weißwurst, dann habt ihr, was ich weiß, dann gibt's Erle. Dann nehmt ihr euch einen Gondelführerschein weg. Er ist weg dann. Also, da mal rüberschauen, wenn ihr auf diesen Glockenturm hoch wollt, vielleicht vorher mal reservieren, gebt Tickets online. Ansonsten ist auch eine riesen Schlange. Tatsächlich mit so Sperrbändern, wie am Flughafen, wird das dann abgesperrt da, um dann da hochzukommen und diesen Ausblick von oben zu haben. Und ansonsten, klar, Basilica di San Marco, wie der offizielle Name heißt. Früher war die mal umsonst, konnte man mal reinschauen. Inzwischen nehmen sie auch hier nochmal ein paar Euro euch weg. Also, es wird immer mehr, dass sie da ihr Geld verlangen. Ich sag ja immer, von außen ist er irgendwie schöner als von innen. Lasse mich da gerne eines Besseren belehren. Ignorant, wie ich bin. Aber ich sag mal so, es lohnt sich einfach auch, den von außen zu beobachten. Viel, viel Gold, viel, viel Verzierungen. Sehr, sehr schön. Einfach mal ein bisschen zu träumen. Wenn man nicht gerade von irgendeiner chinesischen Touristengruppe angerempelt wird, ist das schon sehr, sehr schön, das zu beobachten. Ja, und ich würde auch fast sagen, man sollte mal reingehen. Also, ich finde gerade in Italien, die Kirchen, hat einfach seinen ganz, ganz besonderen Flair. Aber auch da, wie gesagt, möglichst früh morgens und vielleicht stellt euch mit einem Glöckner oder der Glöcknerin einfach mal gut. Dann dürft ihr mal morgens auf den Turm mit und dürft vielleicht mal die Glocke läuten. Das war mal noch so mein Traum. Habe ich aber noch nicht hingekriegt. Aber eines Tages möchte ich morgens mal Venedig wecken. Verhinterlege ich hier jetzt mal. Einfach mal die Glocke oben läuten. Den Buckel mache ich mir dann auch, wie der Glöckner von Notre Dame. Falsches Land. Aber naja gut, kriegen wir alles. Falsches Land. Ist richtig, Christoph. Ist auch eine ganz andere Sprache. Ich verstehe dich gar nicht. Die ist für komisch. Ich verstehe mich gar nicht. Das ist, ja, mit meinem Fließen italienisch. Ja, so ist das. Aber auch da, ich habe gar nicht drüber gesprochen, Christoph, natürlich Venedig, du als riesen James-Bond-Fan ist natürlich auch schon von James-Bond mal besucht worden. Ich glaube, der musste die 5 Euro Einfuhrkackstaxe da noch nicht bezahlen. Aber auch James-Bond hat da mal 2, 3 Häuser kaputt gemacht. Stehen die eigentlich wieder? Die stehen wieder. Ja, hier stehen wieder. Die stehen wieder. Die sind da versunken, einer von diesem Palazzo. Tatsächlich, ja. Ja, echt eine super Idee, wirklich nochmal James-Bond in ein Overtourism-Gebiet zu schicken nochmal. Also das war wirklich ein schlauer Move. Da werden auch die letzten Leute noch geweckt werden und sagen, oh, da müssen wir mal hin. Das ist schön. Spätestens wenn das Haus wieder steht. Ja, dann müssen wir da hin. Sehr gut. Wenn ihr am Markusplatz steht und den Dom vor euch habt, geht da nochmal rechts rum und dann kommt ihr so langsam zum Dogenpalast. Auch das. Ein sehr, sehr schönes Gebäude, das dann wirklich zum Lido rausschaut einfach so ein bisschen die Stadt im Rücken hat. Aber auch das lässt sich wunderbar fotografieren. Aber auch da zieht es tatsächlich alle hin. Du musst erst mal sagen, ich stelle dir fest, dass Venedig ein absolutes Problem mit R's hat. Also das ist auf jeden Fall ein R zu wenig. Und das ist nicht beim Drogenpalast. Das ist wie gesagt bekanntlicherweise in Berlin. Aber die Biennale und der Dogenpalast beides mit einem R sehr, sehr viel leichter selbsterklärend. Bei einem ist es gut, dass es fehlt, beim anderen vielleicht nicht. Genau. Bei der Biennale hätte ich gerne ein R. Beim Dogenpalast ist gut, dass es kein R gibt. Wie gesagt, aber das scheint irgendwo so ein R-Thema zu sein in Venedig. Wenn ihr beim Dogenpalast noch ein Stückchen weiter geht, dann kommt ihr, steht ihr auf einer Brücke wahrscheinlich tatsächlich und ihr beobachtet eine andere Brücke. Ja, genau die. Die Säufzerbrücke. Weißt du, warum die Säufzerbrücke Säufzerbrücke heißt? Ich weiß nur, dass hier das Z auch nochmal einen Unterschied macht. Ja. Oh Gott. Buchstabenklauberei. So redet man sich hier aus Fragen. Also du weißt es nicht. Ich erzähle es dir und allen anderen auch. Denn diese Brücke verbindet das Gericht und das Gefängnis. Und früher sagte man, wenn man dann verurteilt wurde und die Gefangenen schauten ein letztes Mal in diese Lagune auf Freiheit, dann säufzen sie so herzzerreißend, bevor sie dann weitergingen ins Gefängnis, wo sie dann mehr oder weniger verrotteten tatsächlich. Also der Kanal da drunter ist quasi die Wupper von Venedig. Ja, genau. Über die Wupper. Gerne mal. Welche Folge war das? Die Jordanien-Folge. Der Jordan. Ja, genau. Von daher Säufzerbrücke kennt ihr auch, bin ich mir sehr, sehr sicher. Von daher das sehr gut zu machen. So, letzter Punkt, nochmal ganz aktuell. Biennale vielleicht, je nachdem, wann ihr das hört. Diese Kunstausstellung geht jetzt die nächsten sieben Monate. Also ihr müsst jetzt nicht sofort alle Sachen packen und losfahren nach Venedig. Habt ihr noch bis zum November Zeit. Ist so ein bisschen wie Documenta im Warmen, könnte man fast sagen. Oder? Es ist doch so moderne Kunst. Du liebst es, Adrian verdreht dir alle Augen, die siehst. Ich mach trotzdem einfach heute. Christoph, du hast mir von den letzten Dokumenta, hast du mir mal so zwei Bilder mitgebracht, so aufgerollt. Ja, hast du gesagt, hier, guck mal, kann sein, dass das der letzte Schrott ist, kann aber auch sein, dass du mit den Dingern irgendwann mal ein Haus kaufen kannst. Liegen hier zusammengerollt, irgendwie hinter meiner Musikbox. Leider noch in der Schrottphase. Ja, das sind dann die guten Geschichten, dann zukünftig mal für RTL. Ach hier, Millionenkunstwerk, irgendwo in verlassenem Wohnungskomplex irgendwo gefunden, wenn dann irgendwo meine Wohnung mal leer gemacht wird. Ja, von daher, das kann natürlich passieren, aber wie in einer moderne Kunst, Christoph, da bist du absolut der richtige Ansprechpartner. Da würde ich mir die 25 Euro Eintritt auch sparen für einen Cappuccino und zweimal Eintritt nach mir. Nee, Cappuccino und Punkt. Ja, das war's. Cappuccino. Für einen Cappuccino. Punkt. Genau. Und was man vielleicht noch sagen kann, Christoph, das ist auch nochmal, wenn man es ein bisschen erweitern will, wenn ihr euer knallrotes Gummiboot schon dabei habt und noch ein bisschen paddeln wollt, dann kann man natürlich auch nochmal nach San Giorgio Maggiore rausfahren. Ich hätte mal gesagt, es ist quasi eine Palastkircheninsel, ja, mit einem kleinen Hafen, da könnt ihr auch dann festmachen und könnt auch da nochmal so ein bisschen vor den Toren Venedigs ein bisschen euch Architektur in der Lagune auf dem Wasser anschauen. Ja, das mache ich dann derzeit, Christoph, wenn du bei der Biennale dir da die moderne Kunst anguckst und ja, ich mache dann da ein bisschen Sport in meinem knallroten Gummiboot auf der Lagune. Jeder, wie er will. So, guck mal, sind wir doch wieder fast bei 40 Minuten gelandet, aber es war es doch wert, einfach mal ein bisschen in Venedig reinzuschnuppern, reinzutauchen. Es ist schon wirklich eine Stadt, die es bis auf Las Vegas vielleicht nirgendwo wieder in der Welt gibt. Guckt es euch mal an. Es ist ein absoluter Wahnsinn. Guckt es euch vor allem an, solange es noch geht. Du sagtest, dieses Hochwasser, es wird auch immer, immer mehr. Der Klimawandel schlägt natürlich auch dazu. Kreuzfahrtschiffe sind schon ein bisschen verbannt worden, um diese Wellen ein bisschen zu reduzieren. Also von daher schiebt es vielleicht nicht ganz auf die lange Bank, je nachdem wie alt ihr seid, nochmal da hinzufahren. Man kann da Tage verbringen, wenn ihr noch in die Oper wollt und wenn ihr noch ein bisschen die Umgebung, den Lido erkunden wollt. Ansonsten kommt ihr da auch sehr gut mit einem Tagestrip durch. Fangt früh an oder bleibt spät. Und dann habt ihr wahrscheinlich einen sehr, sehr schönen Tag in dieser absolut wahnsinnig verrückten schönen, seltsamen Stadt. Ja, und ich würde das abschließend sagen, es ist eine Yin-Yang-Stadt. Es gibt viel Licht und es gibt viel Schatten. Da müsst ihr für euch entscheiden, was da überwiegt. Ich würde sagen, man sollte es sich mal angeguckt haben, da bin ich auch ganz bei dir, Christoph. Es ist aber auch, wie gesagt, touristisch extrem überlaufen. Das müssen wir ganz klar dazu sagen. Und Overtourism ist halt echt nichts, was wir jetzt hier großartig noch befeuern wollen. Von daher, seid ihr echt nachsichtig, seid ihr mit aller Vorsicht unterwegs, vielleicht nicht in der Hauptsaison. Und dann, ja, achtet da ein bisschen darauf, dass ihr da nicht so viel, ja, nicht so einen großen Footprint hinterlasst, wenn ihr dort wart. Und dann geht das schon auch noch. Aber, ja, ist eine Wahnsinnsstadt. Es ist Wahnsinn. Und es gibt, wie richtig gesagt wurde von Christoph, nicht noch ein zweites Mal. So. und was es auch nicht noch ein zweites Mal heute gibt, ist ein Ende dieser Folge. Das machen wir jetzt nur ein einziges Mal und bedanken uns bei euch fürs Reinhören auch heute wieder. Hoffen, ihr hattet Spaß mit der Folge und entlassen euch jetzt in euer Wochenende, wünschen euch einen wunderschönen restlichen Samstag, morgen, einen schönen Sonntag, Montag, einen ganz, ganz tollen Start in die neue Woche. Heute, es wird richtig warm, Leute. Wenn ihr das hört, vielleicht seid ihr sogar draußen, gerade in der Sonne, 25 Grad und holt euch den ersten Sonnenbrand. Ja, bitte eincremen. Ganz, ganz schnell noch, ach, warte, ganz kurz. Ja, komm, 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 und hier Live-Tournee, Welt-Tournee Live gibt im Herbst, haben wir gesagt, geht schon weiter, wir haben schon wieder zwei Termine hier, es gibt vielleicht noch ein paar mehr, aber 7.11. Güstrow im Das Studio 2 und danach direkt 8.11. im Deutschen Haus in Flensburg. Da freue ich mich ganz besonders, nach Flensburg mal wieder zu kommen, also von daher, könnt ihr schon mal gucken, Tickets, kommen vielleicht die nächsten Tage noch ein paar neue Termine, aber das schon mal, Welt-Tournee Live. Genau, es geht weiter. Flensburg und Güstrow, also alle Leute aus dem Norden jetzt zuschlagen, etwas kleinere Venues, von daher, das wird ein bisschen begrenzter sein, dort an Karten zu kommen. Wir freuen uns, euch auch da wieder zu sehen und Christoph, wir haben es beim letzten Mal, haben wir es absolut durchgezogen, wir haben wirklich mit jedem ein Bier getrunken nach den Auftritten, das gilt natürlich auch weiter für alle weiteren Auftritte. Ja, come on, Alter, das war schon, mindestens eine, 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 eine Anstaltung war wirklich herausfordernd, das wirklich hinzukriegen, aber gut, schöne Grüße nach Köln. In dem Sinne, jetzt packen wir es wirklich ein. So, ab in die Sonne mit euch, holt euch ein bisschen, ein bisschen Sonne, der Frühling ist da, die Herzen gehen auf und wir bedanken uns fürs Reinhören. Macht's gut, bis dahin, ciao.